Das ist für mich Musik, wenn einer Hirschberg sagt, Liegnitz sagt, Fresslau sagt, dann habe ich das Gefühl, das ist es. Die Höfe und Güter im ländlichen Teil Schlesiens sind bis 1945 in Familienbesitz, vererbt von Generation zu Generation. Das schafft tiefe Bindungen. Insofern bin ich ein Schlesier, weil ich dort geboren bin und weil ich dieses Land einfach liebe. Ein Land vielfältiger Kultur, mit einer großen polnischen Minderheit und mit vielen jüdischen Gemeinden. Schlesien haben sehr viele Jungen gelebt. Alle, überall, alle, ganz Schlesien war voll. Jahrhunderte wurde um das Land gekämpft. Das besondere Selbstverständnis der Schlesier wurde von den Siegern meist unterdrückt. Die Tragödie meines Lebens besteht vorläufig darin, ich könnte es so umschreiben, weil ich nie ernst genommen wurde als Schlesier. Mit dem Zweiten Weltkrieg ist hier die deutsche Geschichte zu Ende gegangen. 1945 muss Deutschland nach den Beschlüssen der Potsdamer Konferenz ganz Schlesien an Polen abtreten. Millionen Deutsche fliehen aus dem Land an der Oder oder werden aus ihrer Heimat vertrieben. Für die Betroffenen sitzt der Schmerz über diesen Verlust tief, auch noch Jahrzehnte später. Seitdem der eiserne Vorhang in Europa gefallen ist, ist es ganz einfach geworden, die verlorene Heimat zumindest als Besucher wiederzusehen. Sigismund von Zedlitz ist in Schlesien geboren. Seit vielen Jahren fährt er immer wieder an die Orte seiner Kindheit, leitet Reisegruppen. Für die Menschen, die das alte Schlesien suchen, ist es ein Aufbruch in eine fremde Welt. Alle Landschaftsnamen sind neu und ungewohnt. Die Volksrepublik Polen hat nach 1945 alle deutschen Ortsbezeichnungen in Schlesien beseitigt. Nichts mehr sollte an die deutsche Geschichte dieser Region erinnern. Wie viele Vertriebene unternimmt auch Waltraud Simon eine solche Reise am liebsten in der Gruppe. Das gemeinsame Schicksal macht die Begegnung mit der Heimat leichter. Ich bin immer ganz glücklich, wenn ich Menschen begegne, die sagen, also wir sind auch aus Schlesien. Das ist für mich wie Musik. Was es eigentlich ist, ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, dass es so ist. Dass ich also wirklich mich unendlich wohlfühle und sage, das ist schön. Wo Oder und Neiße zusammenfließen, beginnt Schlesien. Heute gehört es zu Polen. Bis kurz vor Krakau trugen alle Städte einst deutsche Namen. Eine blühende Provinz. In preußischer Zeit eine beliebte Sommerfrische für die Berliner. Für gebürtige Schlesier die schönste Landschaft der Welt. Ob das jetzt die Ebene ist oder das Vorgebirge oder das Riesengebirge oder die Oder in den Uferwäldern oder was auch immer. Es ist eigentlich immer wieder, erlebe ich, dass Menschen, die es nicht gesehen haben vorher, dass die begeistert sind davon und die Schönheit der Landschaft preisen. Eine besondere Rolle spielt die Oder, die die sehr unterschiedlichen Landesteile Niederschlesien und Oberschlesien durchquert. In Niederschlesien spricht man deutsches Schlesisch. In Oberschlesien Schlesisch, das aus deutschen, polnischen und tschechischen Worten gemischt ist. Im Deutschen Reich wird es herablassend Wasserpolnisch genannt. So oder so, es ist der Klang der Heimat. Ich sage immer, die Luft dort in Schlesien, die macht gesund und alle Zipperlein fallen von mir ab. Ich lebe eigentlich auf, wenn ich dort bin. Und das hilft natürlich. Das hilft, das Negative und das Traurige, das Melancholische etwas zu überwinden. Siegismund von Zedlitz stammt aus einer Familie, die tief in Niederschlesien verwurzelt ist. Seine Vorfahren lebten über 700 Jahre lang auf Schlössern und Rittergütern der Region. Von Zedlitz wächst hier in Eichholz auf, südwestlich von Breslau. Der Vater ist mit einer Gräfin verheiratet, in deren Familie es auch polnische Vorfahren gibt. Nichts Ungewöhnliches in Schlesien. Siegismund von Zedlitz wächst in ein herrschaftliches und behütetes Leben hinein. In eine Welt mit Bediensteten und Kindermädchen. Dort auf diesem ehemaligen Wasserburg, die dann umgebaut wurde, zu einem Schloss, zu einem Schlösschen, kann man eigentlich sagen, da sind meine ersten Erinnerungen, wie ich da über die Terrasse laufe und mit meiner Kinderfrau damals. Das Kindermädchen ist die engste Vertraute. Mit ihr verbinden sich die frühesten Erinnerungen. Das war so eine völlig unbedeutende Sache, dass viel wilder Wein dort wuchs an den Mauern. Und dass mir das Kindermädchen erklärte, dass diese blauen Bären, die dort wachsen, dass das von den Vögeln sehr gerne gefressen wird. Das ist meine erste Erinnerung, soweit ich mich entsinnen kann. Der Blick aus dem Fenster des Kinderzimmers. An den Abenden schreit hier das Käuzchen und im frühen Sommer ruft der Kuckuck vom Wald. Der Schlosspark ist oft Spielplatz für die Kinder des Dorfes, die alle gemeinsam eine Schule besuchen. Sie ahnen nichts von Politik, spielen Indianer und verstecken, träumen vom eigenen Taschenmesser, von wilder Jagd. Erzogen werden sie in preußisch-deutschen Traditionen, gottesfürchtig und obrigkeitstreu. Die alten Gräber sind überwuchert und die Kapellen zerfallen. Die letzten deutschen Spuren auf dem Friedhof. Nach 1945 behauptete der polnische Staat, Schlesien sei immer rein polnisches Land gewesen. Erst heute entdeckt man in Polen allmählich die deutsche Vergangenheit. Siegismund von Zedlitz ist nicht nur auf dem Land groß geworden. Zu seinen prägenden Erinnerungen gehören Aufenthalte in Breslau. Wie viele Adlige verfügt auch sein Vater in der Provinzhauptstadt über eine Wohnung. In der Nähe der Oder. Das ist der Fluss meiner Kindheit, meiner Jugend, wenn wir in Breslau waren. Das ist ja eigentlich meine zweite Heimat geworden, dadurch, dass wir im Winter oft hier in Breslau wohnten. Der ganze Hausstand wurde hierher verlegt, weil wir es hier bequemer und auch wärmer hatten. Hier hatten wir Zentrallerzungen im Gegensatz zu Eichholz, wo Kachelöfen die Stuben erwärmen mussten. Von Zedlitz besucht in Breslau das Gymnasium. Breslau ist damals eine der bedeutendsten Städte im Deutschen Reich, eine Metropole mitten in Europa. Mehr als 600.000 Menschen leben hier. Niemand ahnt, dass Breslau am Ende des Weltkrieges als deutsche Festung fast vollständig untergehen wird. Auch das Gymnasium zum Heiligen Geist, das Sigismund von Zedlitz damals besucht hat, ist, wie so viele andere Gebäude, in Schutt und Asche versunken. Einmal bin ich auch mit meinem Bruder hier, statt im Kindergottesdienst zu gehen, sind wir mit einem Ruderboot auf die Oder hinausgefahren. Und dann kam ein Ruderdampfer gefahren, der gewaltige Wellen schlug. Und diese Wellen, die waren so groß, dass ich hinten völlig, der Rücken völlig nass war. Und unter diesen Umständen musste ich dann nach Hause und da kam dann alles raus. Und dann hatte ich erst mal Stubenberest. Der Stubenarrest ist eine harte Strafe in einer so spannenden Stadt. Da ist zum Beispiel der Ring, der riesige Markt, ebenbürtig mit Florenz und Venedig. Die Breslauer sind stolz auf die lange und vielschichtige Vergangenheit ihrer Stadt und ihrer Bauwerke. An der berühmten Universität werden nicht nur Philosophie und Theologie gelehrt. Hier werden neue Methoden für die Landwirtschaft, für Metallverarbeitung und Maschinenbau erforscht und erprobt. Ganz Schlesien profitiert von diesem modernen Geist. Etwa 50 Kilometer von Breslau entfernt liegt Jawor. Vor 1945 hieß das beschauliche Städtchen Jauer und war die heiß geliebte Heimatstadt von Waltraud Simon. Wenn ich in Schlesien bin, dann sage ich, ja, hier bin ich zu Hause. Und ich bin ganz oft immer wieder, auch meine eigenen Kinder, dass sie sagen, was du es immer hast mit Jauer, was ist das? Ich kann das nicht beschreiben, es ist so übermächtig. Der Zauber von Jauer hat viel mit den Erinnerungen an eine heile Kinderwelt zu tun. Äußerlich sieht noch vieles aus wie früher. Die berühmten Laubengänge, die an die großen Zeiten des Leinenhandels erinnern. Wie ein märchenhaftes Labyrinth mit all den Düften und Gerüchen des Marktes. Das Rathaus mit den alten schlesischen Wappen. Die Fassaden der Häuser schmücken kunstvoll Ornamente. Die kindliche Fantasie entdeckt darauf Elfen und hinter den Portalen sollen einst Zauberer gehaust haben. Für Waltraud Simon hätte das Leben hier immer so weitergehen können. Ich habe eine Schwester, eine ältere Schwester, Brigitte, Mutti war Hausfrau. Und mein Vater ist als Jugenddiakon in Jauer gewesen, hat im Kirchenbüro mitgearbeitet, hat Orgelunterricht gehabt in Lignitz. Wollte sehr gern eigentlich in Richtung Organist gehen, Kirchenmusiker werden. Aber das hat sich dann alles durch den Krieg zerschlagen. Waltraud lebt in einem evangelisch geprägten Elternhaus. Die große Mehrheit der Niederschlesier ist protestantisch, schon seit der Reformation. Aus den Fenstern der Wohnung können Waltraud und ihre Schwester die Friedenskirche sehen. Sie ist sichtbarer Ausdruck dafür, wie umkämpft das Zusammenleben der Religionen in der Vergangenheit war. Nach dem Dreißigjährigen Krieg durften die unterlegenen Protestanten ganze drei Kirchen haben, davon eine in Jauer, für bis zu 6000 Menschen. Waltrauds Vater spielt hier gelegentlich auf der Orgel. Die Kirche ist das Grundstück, das ist das, ja das ist Jauer, das ist Heimat, das ist Elternhaus, weil meine Eltern ja im Grunde auch mit der Kirche verbunden waren. Mutti hat sehr schön gesungen, hat im Chor gesungen und das ist, also das gehört irgendwie so ein bisschen zusammen. Das war, die Kirche, das war mir wichtig. Musik Aber in der Kirche gehen die Gedanken auch zu ganz weltlichen Dingen. Und dann waren wir in der Kirche am heiligen Abend, da war natürlich auch immer voll und dann sagt die Mutti mir, Brigitte, ich habe das Sauerkraut nicht rausgemacht, hat das da immer vor sich hingekocht. Das war wahrscheinlich dann vorbei und war schlecht. Familie, Kirche und Musik, alles ist schön in Jauer. Nur die Schule mag Waltraud nicht. Die Schule eigentlich überhaupt nicht. Da bin ich ganz ungern gegangen. Wir hatten eine Lehrerin, Fräulein Turens, das war so eine unästhetische Frau, das hat mich als kleines Kind schon gestört. Und wenn wir da gequatscht haben, hat die uns noch mit dem Rohrstock gehauen auf die Finger. Das fand ich also so hässlich. Und ich habe immer gesagt, also Mutti, heute kann ich nicht zur Schule gehen, ich glaube, du musst mal Fieber messen. Und dann hat sie gesagt, Kind, aber das gehört doch dazu, aber ich konnte es nicht einsehen. Für Sigismund von Zedlitz in Eichholz ist Schule oft ein Abenteuer, das ihn mit seinen Freunden aus dem Dorf verbindet. Wir sind ja zusammen in die Schule gegangen, im Nachbardorf in Hochkirch, jeden Tag dann die zwei Kilometer zu Fuß und wieder zurück. Es sei denn, es regnete, dann ließ meine Mutter eine Kutsche anspannen und dann krochen alle Kinder in diese Kutsche. Dicht gedrängt wie die Heringe und wurden dann in die Schule gefahren und auch wieder abgeholt. Aber das war nur, wenn es geregnet hat. Sonst liefen wir die zwei Kilometer hin und auch wieder zwei Kilometer zurück. Und wir waren natürlich so eine Gemeinschaft, die in der gleichen Klasse unterrichtet wird, die hält dann auch zusammen. Als Kind erfährt Sigismund von Zedlitz, dass auch seine Vorfahren diese Schule besucht haben. Darunter ist auch sein Großvater, Alfred von Olszewski, der bis heute in Polen bekannt ist. Eine Tafel an der Schule erinnert an ihn. Er fühlte sich dem polnischen Zweig der Vorfahren besonders verbunden. Um als Schlesier die Wiederherstellung eines polnischen Staates zu unterstützen, entschloss er sich zu einem deutlichen Schritt. Dann kam die ganze Geschichte mit dem Testament meines Großvaters, der seinen ganzen Besitz, mit seinem Widerspruchsgeist zwar seinen Kindern und seiner Frau vererbt hat, Er hat aber gesagt, nur unter der Bedingung, dass sie sich nicht mit einem Mitglied der polnischen Bürokratie verheiraten, sondern dass sie im Gegenteil den polnischen Ursprung der Familie enorm hochhalten und in Ehren halten und polnisch lernen und die polnische Geschichte auch lernen. Und darüber dann bis zu ihrem 30. Lebensjahr sollten die Kinder eine Prüfung ablegen. Nur dann und wenn diese Prüfung bestanden wird, sollten sie auch erben werden. Doch die Witwe und die Töchter weigern sich, die polnische Sprache zu erlernen. Nun soll ihr Erbe laut Testament an den polnischen Nobelpreisträger Henrik Sienkiewicz fallen. Aber der lehnt ab, Schloss und Gut zu übernehmen. In den Wirren des Ersten Weltkrieges gerät die Sache dann in Vergessenheit. Aber es ist trotzdem die ganze Geschichte eben damals in Polen sehr bekannt gewesen. Und so hat man dann in Anlehnung an diese Vergangenheit und diese Tradition hat, hat man dann, ich weiß jetzt nicht genau in welchem Jahr, es ist vor ungefähr 10 bis 15 Jahren gewesen, hat man dann an den Namen Warmontowice auch noch das Sienkiewicz angehängt, sodass es heute heißt Warmontowice Sienkiewiczowski. Das ist also einer der längsten Ortsnamen, die man in Schlesien überhaupt hat. Weit im Osten Schlesiens liegt Oberschlesien, eine vollständig andere Welt als die Gegenden rund um Breslau. Vor allem hier wird die polnisch-schlesische Mundart, das Wasserpolnisch, gesprochen. Viele Einwohner haben hier polnische Vorfahren und fordern, dass Schlesien zu Polen gehören soll. Seit dem 18. Jahrhundert ist hier ein riesiges Industrierevier entstanden. Eisenerz und Kohle werden in großen Mengen gefördert und verhüttet. Preußen verfügt durch Oberschlesien über eine starke Industrie. Schnell wachsen die Fördertürme, vor allem von polnischen Gastarbeitern aufgebaut. Viele sogenannte Ostjuden flüchten vor den Pogromen im zaristischen Russland in das liberale Schlesien und stellen Geld für den wirtschaftlichen Aufschwung zur Verfügung. So auch die Vorfahren von Josef Jakubowicz. Mein Großvater, der hieß von der Mutter, der Vater hieß Josef Friedmann. Und er war, wie man sagt, nicht Bank, sondern Geldverleiher. Der hat investiert, Geld geliehen an die Firmen, Kohlengruben, Hütten, hat er Geld geliehen auf Zinsen. Für den Großvater ist der industrielle Aufschwung ein einträgliches Geschäft. Mehr als zwei Millionen Tonnen Stahl produzieren die Schlesier bereits vor dem Ersten Weltkrieg jährlich. Zehntausend Stahlarbeiter schuften allein in Königshütte. Eine ganze Stadt lebt nur vom Stahl. Wenn Sie in die Stadt fahren, haben Sie gesehen, wie die Oeven brennen, die ganzen Flammen, wie die Koks reingeschüttet haben. Hat man das sehen können. Inmitten der Stadt. Königshütte, Chosów, hat es geheißen später. Chosów, der heutige polnische Name für Königshütte. Eine Großstadt, die aus kleinen Dörfern und Siedlungen zusammenwächst. Der Bauboom verwischt schnell die regionalen Grenzen. Es entstehen bürgerliche Viertel und überall werden Wohnungen und Siedlungen für die vielen Arbeiter gebraucht. Unter ihnen sind viele Juden. Wo immer gebaut wird, werden auch Synagogen errichtet. Als kleine Betstuben in den Hinterhöfen und als prächtige Gotteshäuser in den wohlhabenderen Vierteln der Städte. Sie alle werden genutzt. Auch die Eltern von Josef Jakubowicz sind religiös lebende Juden. Die haben die Religion eingehalten. Es waren praktizierende Juden, kann man sagen. Praktizierende. Die haben auch gehalten. Schabbat, Feiertage, alles Mögliche. Mein Vater hat jeden Tag gebetet, Morgengebet gemacht, Abendgebet. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs brechen in Schlesien bewaffnete Kämpfe aus. Es geht um die Zugehörigkeit zu Deutschland oder zu Polen. Die Unruhen fordern nicht nur politische Opfer. Auch der Großvater von Josef Jakubowicz ist darunter. Und 1918, wo der Krieg fast zu Ende war, war Überfall in die Wohnung und man hat ihn umgebracht. Er schossen. Drei Bauchschüsse. Und ausgeraubt. Das war 18. Jetzt brechen lange gewachsene Abneigungen auf. Die Polen werfen den Deutschen vor, sie jahrzehntelang unterdrückt zu haben. Die Deutschen wehren sich dagegen, Schlesien zu verlieren. Eine Propagandaschlacht beginnt, voller Unterstellungen und Bitterkeiten. Auf beiden Seiten. Der Völkerbund schickt italienische, französische und englische Soldaten in das umkämpfte Oberschlesien. Eine Volksabstimmung soll 1921 über die staatliche Zugehörigkeit dieser von Deutschen und Polen für sich beanspruchten Region organisieren. Die Schlesier votieren in den meisten Bezirken mehrheitlich für Deutschland. Der Völkerbund beschließt danach, Oberschlesien zu teilen. Ein Viertel des Territoriums, aber vier Fünftel der schlesischen Industrie, gehören damit ab 1922 zum neuen polnischen Staat. Die neue Grenze verändert über Nacht das Leben vieler Oberschlesier, auch das der Familie Jakubowicz. Sie werden über Nacht zu Staatsbürgern des neuen Staates Polen und müssen zusehen, wie polnische Soldaten die vom Völkerbund gezogene Grenze mit Beton befestigen. Anfangs ist diese Grenze noch durchlässig. Die Straßenbahn ist die polnische Straßenbahn. Man hat nur die Schaffner gewechselt an die Grenze und die Straßenbahn ist weitergefahren. Bis nach Beuten, Gleiwitz, Hindenburg. Doch rund 100.000 Deutsche weigern sich, Polen zu werden. Sie müssen ihre Heimatorte verlassen und ziehen hinter die Grenze in den deutschen Teil Oberschlesiens. Auch die jüdische Familie Jakubowicz ist in ihrer jetzt polnischen Heimatstadt nicht mehr erwünscht. Sie sucht ihr Glück in Oswientchen, dem späteren Auschwitz. In dieser Stadt, auf der Grenze zwischen Polen und Deutschland, leben viele Juden und betreiben von hier aus ihre Geschäfte in Schlesien. Etwa 20 Synagogen gehören zum Stadtbild. Es scheint, als habe die Familie Jakubowicz in Auschwitz eine gute Zuflucht gefunden. Im deutschen Teil Oberschlesiens leben rund 500.000 Polen. Sie haben, wie auch hier in Borschütz, die Option, die Heimat zu verlassen und nach Polen umzusiedeln. In den kleineren Orten weiß jeder, auf welche Nachbarn das zutrifft und wie viele Menschen jetzt zwischen den Stühlen sitzen. In unserem Dorf hatten wir drei Familien, die bei den Aufstimmen ganz exakt die polnische Seite vertreten haben. Und sie kämpften dafür, dass dieser Teil Schlesiens Polen zugeschlagen wäre. Aber es waren nur drei Familien. Die polnischen Familien Wilczek, Pawlik und Kasperek gehören seit Generationen zur Gemeinde von Borschütz. Wie werden sie auf die neue Situation reagieren? Ich ging dann an diese Menschen ran, weil es mich interessiert hat, warum sie für Polen gestimmt haben. Und warum haben sie die Gelegenheit nicht wahrgenommen, die konnten doch nach Polen gehen. Alphons Nossol erfährt, dass die polnischen Einwohner von Borschütz sich schon lange als Minderheit missachtet fühlen. Nach langer Debatte entscheiden sie sich aber, in ihrem Dorf zu bleiben. Ja, wir sind doch hier gebunden, das ist doch unsere Heimat. Und wenn unsere Heimat, wenn unsere Heimat das Los zugestoßen ist, dann dabei, wir sind eben ein Land unter dem Kreuz. Dann müssen wir auch dieses Kreuz auf sich nehmen, aber wir verlassen doch nicht die Heimat. Die Oberschlesier hängen an ihrer Heimat. Sie haben gelernt, damit zu leben, dass hier die Herrschaft oft gewechselt hat. Die Sprachen der Region, Schlesisch, Deutsch und Polnisch, stellen für die meisten kein Hindernis dar. Alphons Nossol erlebt das bei seiner Großmutter. Sie hat uns in den Ferien alle Kinder zusammengeschakt, um sich geschakt, weil alles am Feld tätig war. Und sie hat uns unterhalten. Und sie hat uns aus einer Bibel eben die biblische Geschichte vorgelesen. Der Enkel wird neugierig. Er möchte die Geschichten in der kostbaren Bibel einmal selbst lesen. Dabei stellt er fest, dass seine Großmutter für die deutsche Kinderschar die ganze Zeit übersetzt hat. Aber ich hab's gesehen. Ich konnte es nicht lesen. Es war eine polnische Bibel. Literarisch-polnisch. Ich konnte es nicht lesen, sagt er. Ja, in welcher Sprache? Sagt er, polnisch. Aber du hast uns doch Deutsch gelesen. Und ein herrliches literarisches Deutsch, in dem sie polnisch gelesen hat. Zum Selbstverständnis der katholischen Oberschlesier gehört die Wallfahrt zum Annerberg. Die Kapellen in der Landschaft weisen den Weg. Seit Jahrhunderten ist das so. Alphons Nossol kommt schon als kleiner Junge hierher. Ich war noch nicht neun Jahre und hatte schon die erste Wallfahrt mit der Mutter nach dem Annerberg machen dürfen. Also zumindest 17, wenn nicht 18 Kilometer. So als kleiner Bub, diese 18 Kilometer mit den kleinen Schritten, drei Tage zu bleiben. Die Wallfahrt ist gleichermaßen Bekenntnis zum Glauben und zur Heimat. Kloster und Kirche auf dem Annerberg sind ganz selbstverständlich ein Zuhause für die Pilger. Hier wird seit Jahrhunderten Deutsch und Polnisch gepredigt. Alphons Nossol erlebt es als Alltag. Und dann schliefen wir einfach in der Klosterpürch. Ich habe mich so gegen den Beichstuhl gelehnt, angelehnt und habe geschlafen. Und dann zum Abschluss am Sonntag, nach drei Tagen der Wanderung bei den einzelnen Stationen und Kapellen dieses Kalvarienberges. Natürlich, man hat dann während dem Hochamtabschluss, Hochamt am Annerberg in der Grotte sehr saftig geschlafen. Er hat mich dauernd geweckt, sagt er, wenn du nicht aufwachst, wirst du nie wieder zum Annerberg mit mir gehen dürfen. Du bist hier gekommen, um zu beten und nicht, um zu schlafen. Schlafen darfst du zu Hause. Einmal, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, haben die protestantischen Preußen das Kloster geschlossen und für fünf Jahre den katholischen Gottesdienst verboten. Seitdem ist die Wallfahrt für die Schlesier hierher noch wichtiger geworden. Bis 1939. Mit dem Einmarsch der deutschen Truppen in Polen werden die Mönche erneut vertrieben. Angebliche Übergriffe von Polen auf Deutsche liefern den Vorwand für den Krieg. Schon lange haben Rundfunk und Zeitungen den Hass gegen Polen geschürt. Der fingierte Auslöser für den Einmarsch liegt in Schlesien, in Gleiwitz. Am 1. September 1939 erklärt der Führer im Reichstag. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit der Reich regulären Folkdaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. So beseitigte man Grenzen, mit denen die Hassapostel von Versailles glaubten, deutsche Volksgenossen vom Deutschen Reich trennen zu können. Viele Deutsche im polnischen Teil Oberschlesiens jubeln den Truppen der deutschen Wehrmacht zu und feiern den Kriegsbeginn als Befreiung. Ein wesentliches Ziel des Krieges, die Unterwerfung der polnischen Bevölkerung als sogenannte minderwertige Rasse. Vom ersten Kriegstag an werden polnische Männer und Frauen von Wehrmacht und SS verhaftet, verschleppt, ermordet. Vor allem die Führungsschicht soll ausgelöscht werden. Lehrer, Priester, Wissenschaftler, Unternehmer. Doch wer ist im eroberten polnischen Oberschlesien Deutscher? Und wer Pole? Die Besatzungsmacht zwingt alle Oberschlesier, ihre Abstammung und Gesinnung zweifelsfrei zu beweisen. Wehrmachtssoldaten durchsuchen die Wohnungen nach polnischen Büchern. Sie registrieren die Besitzer und verbrennen die Funde in aller Öffentlichkeit. 1941 wird als Instrument der Germanisierungspolitik die sogenannte Deutsche Volksliste eingeführt. Nach strengen Kriterien werden Einwohner zwangsweise in vier Kategorien eingeteilt und erhalten Ausweise in verschiedenen Farben. Auguste Juni hat Glück, der blaue Ausweis gestattet ihr zu arbeiten. Inhaber grüner und roter Ausweise gelten als minderwertige Deutsche. Wenige Wochen nach Kriegsbeginn kapitulieren die letzten polnischen Truppen. Ihre Soldaten werden als Kriegsgefangene in Lager gebracht. Auch in Schlesien, in Lambsdorf, dem heutigen Wambinovice, treffen diese Transporte ein. Es wird eines der grössten deutschen Kriegsgefangenenlager. 400.000 Soldaten werden auf diesem ehemaligen Truppenübungsplatz bis 1945 interniert. Hier standen nicht Gaskammern wie in Auschwitz. Man liest die Gefangenen verhungern. Über 40.000 starben an Unterernährung, Entkräftung und willkürlichen Misshandlungen. Parallel richtet sich der Terror gegen die Juden. Josef Jakubowicz wird in Auschwitz zur Zwangsarbeit rekrutiert und 1940 verschleppt. Auf einmal abends hat man es genommen und nicht mehr in die Stadt gebracht, am Bahnhof eingeladen, in den Viehwaggons und zack nach Annaberg. Da war ich ab Mai 1940. In ganz Schlesien werden Juden schon seit 1933 verfolgt. Jetzt werden sie verhaftet, in Lager deportiert. Eine zentrale Durchgangsstation wird das Lager auf dem Annaberg. Auch Josef Jakubowicz trifft hier ein. Seit Kreisen, alle Männer Austrägen von den Waggons, sind sie auf dem Gehsteig rauf, man hat sie abgezählt und jeder hat den Koffer genommen und ist mit dem Koffer raus. Jetzt vor lauter Stress und Angst und Panik, da haben sie ihnen den Koffer genommen. Das waren nicht der Männerkoffer, es waren von den Frauen die Koffer. Wo bis vor kurzem die Pilger zum Annaberg gewandert sind, werden jetzt tausende Juden wie Vieh getrieben. Am Ende dieses Weges muss Josef Jakubowicz seine Wertsachen und schließlich seine Kleidung ablegen. Als Selektion hat es geheißen. Da saßen zwei Ärzte in Uniform mit weißen Ketteln und die Leute mussten sich nackt ausziehen, vorbeimarschieren. Und er hat gesagt, rechts und links. Und da hat man die Leute weggeschickt in die Vernichtungslager. Und die noch arbeitsfähigen hat man verteilt in andere Lager. Josef Jakubowicz wird zum Autobahnbau aussortiert, ehe seine Odyssee durch verschiedene Konzentrationslager Schlesiens beginnt. In fast 50 Lagern ermorden die Nationalsozialisten alleine hier viele hunderttausend Menschen, vor allem Juden und Polen. Die deutschen Männer aus Schlesien werden nach und nach alle als Soldaten eingezogen. Bis Ende 1944 herrscht in den Landschaften an der Oder trügerische Ruhe. Man ist fern vom Bombenkrieg. Doch dann nähert sich die Front von Osten und die Frauen sind auf sich gestellt. Auch auf Schloss Eichholz. Dort wird die Flucht für alle Dorfbewohner unter Aufsicht der ältesten Schwester von Sigismund von Zedlitz vorbereitet. Das ging alles eigentlich nur heimlich, denn solche Vorbereitungen waren Defetismus nach Naziretensart. Und da konnte man ganz furchtbare Unannehmlichkeiten bekommen bis zur Hinrichtung. Dass man hier glaubte, dass der Endsieg dann doch nicht kommt und so weiter. Das war ganz, ganz schlimm. Aber deswegen musste das alles heimlich gemacht werden. Aber es ist geglückt und die sind dann, soweit ich mich hier entsinne, am 8. oder 9. Februar ist dann der gesamte Guts- und Dorfträg dann losgezogen. Und dann übers Riesengebirge bis ins Sudetenland. Und dort ist er dann angehalten worden und durfte nicht mehr weiter. Auch Waltraud Simon in Jauer holt der Schrecken des Krieges ein. Da ging ein Auto durch die Straße. Frühmorgens um 8. muss Jauer geräumt sein. Und was nehmen wir denn mit? Da hat meine Schwester gesagt, weißt du Mutti, jetzt können wir doch uns alles zwei- und dreimal anziehen. Wenn wir uns dreimal ein Hemd anziehen und alles, brauchen wir das alles nicht tragen. Und dann haben wir das. Und dann hat die Mutti das auch gemacht. Da hat sie gesagt, ja Kind, du hast recht. Ich bin dann in mein Kinderzimmer gegangen. Dann habe ich mich da auf mein Bett gesetzt. Und ich habe ja mehrere Puppen gehabt. Die haben dann so um mich herum gesessen. Und dann habe ich sehr konstant gesagt, also Mutti, ich gehe nicht mit. Ich gehe nicht von meinen Puppen weg. Ich bleibe hier. Und das war erst mal eine ganz schreckliche Situation. Ich war echt verzweifelt. Ich hatte eigentlich keinen Spaß gemacht. Ich habe es ganz ernst gemeint. Und Mutti wusste ja auch nicht, was sie machen soll. Und da standen wir beide so da. Und dann hat sie angefangen zu weinen. Und dann habe ich mich geschämt. Und dann habe ich gedacht, so Mutti, ich hatte ja wohl jetzt schon viel Kummer. So richtig vorstellen konnte ich mir gar nicht was auf uns zukommen. Aber du musst du eh jetzt nicht auch noch das Herz schwer machen. Die beiden Schwestern ahnen, sie werden ihr Zuhause verlieren. Im Februar 1945, es ist bitter kalt, beginnt die Flucht. Es ist ein Weg in die Ungewissheit. Wie ihnen ergeht es etwa drei Millionen Schlesiern. Sie alle versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, bevor die Rote Armee ihre Heimat erreicht. Alphons Nossols Mutter kann sich nicht zur Flucht entscheiden. Sie hält an Heimat und Zuhause fest und will hier auf die heimkommenden Männer der Familie warten. Und die Mutter sagte, wo sollen denn eure Eltern, Geschwister heimkommen, nach Hause kommen, wenn es kein Zuhause mehr gibt. Auch der Vater also aufgrund dessen, wir müssen warten, bis die Familie zusammenkommt. Auch die Polen von Broschütz mussten in den Krieg ziehen. Sie sterben in deutscher Uniform. Alphons Nossol wartet zu Hause auf den Vater. Auch dann noch, als ganz Schlesien 1945 polnisch wird. Für ihn beginnt ein neues Drama. Jetzt muss er Pole werden und alles Deutsche in seinem Leben verleugnen. Da wissen Sie, die Tragidie meines Lebens besteht vorläufig darin, ich könnte es so umschreiben, weil ich nie ernst genommen wurde als Schlesier. Sowohl in der Hitlers Zeit, deutscherseits, am Lande, wo man uns Wasserpolacken schimpfte, und dann später wieder verkappte Deutsche, wenn nicht gar Hitlerbunzen. Und dauernd, man wollte uns als Schlesier nicht ernst nehmen. Wir mussten es aufgezwungen bekommen, so und nicht anders zu leben. Die meisten Deutschen, die nicht aus Schlesien geflohen sind, werden bis 1948 vertrieben. Alphons Nossol aus Oberschlesien bleibt und nimmt die polnische Staatsangehörigkeit an. Er macht das Beste daraus. Er legt auf Polnisch das Abitur ab. Im Sommer bearbeitet er das Land der Familie. Und auch seinen Lebenswunsch kann er sich erfüllen. Er darf Theologie studieren und wird Seelsorger. Als Priester erfährt er viel über die Sorgen und Nöte der verborgenen deutschen Minderheit in Schlesien. Es sind mehrere hunderttausend Menschen. Als Bischof von Opolle wird Nossol Brückenbauer der deutsch-polnischen Versöhnung. Weit weg von Schlesien erlebt Waltraud Simon den Verlust der Heimat als lang anhaltenden Schmerz. Ich hätte mich stundenlang nur hinsetzen können, das Kind dann die Augen zumachen und sagen, ich will nach Hause. Ich habe auch gar nichts mehr Freude gehabt, so richtig nun zu sagen, jetzt beginnt das Leben wieder neu. Ich habe gedacht so, jetzt wirst du nur noch heimatlos sein, du kommst nie mehr irgendwo an. Du hast nie mehr ein Zuhause, es ist alles aus und vorbei. Eine ganz tiefe Hoffnungslosigkeit und eine wahnsinnige Traurigkeit war auch in mir so. Doch es gibt Schlesier, die noch erheblich mehr verloren haben. Die ganze Familie ist umgekommen. Niemand. Ich habe noch eine Schwester, die jüngste Schwester, die war versteckt in Auschwitz, bei einem Polen. Was dann passiert ist, weiß man nicht mehr. Entweder jemand hat verraten oder was und hat sie abgeholt. Aber ich habe jetzt recherchiert und ein paar Mal, wo ich dort war, nichts zu machen, nichts zu finden. Die Volksrepublik Polen beschlagnahmt den Besitz der Deutschen, auch das Schloss der Familie von Zedlitz. Nach dem Fall der Mauer bemüht sich Sigismund von Zedlitz um sein Erbe. Vergeblich. Eine polnische Familie bekommt den Zuschlag, renoviert das Gebäude und macht aus dem einstigen Schloss ein Hotel. Der eigentliche Erbe kommt immer wieder als Gast hierher. Ich habe erst gedacht, kannst du das oder kannst du das nicht und habe es einfach ausprobiert und es ging. Und das Positive überwog dann, wenn man dann in der Nacht das Kreuzchen rief und das Fenster war auf und die Nachtluft weht da rein. Das waren positive, doch mehr positive Erinnerungen und ich habe es einfach gemacht und habe es geloschen. Waltraud Simon sammelt nach der Wende Geld für die Renovierung ihrer Kirche im heutigen Jawor. Zur Glockenweihe reist sie an und ist Gast in einer polnischen Familie, die selbst wie alle Polen hier erst nach der Vertreibung der Deutschen nach Schlesien gekommen ist. Die Familie versteht ihre Trauer. Die gemeinsame Heimat schafft eine Verbindung. In dieser Familie habe ich fast das Gefühl gehabt, ich bin ein Stück Familie begegnet, die wirklich mit einer solchen Herzlichkeit auf mich zugegangen sind, mich begleitet haben diese Tage da mit ganz großer Zuneigung. Und sie nachher geschrieben haben, als ich wieder weggefahren war, hatten sie auch das Gefühl, ein Stück ihrer Familie wäre gegangen. Heute versuchen viele Schlesier, die deutsche und die polnische Geschichte ihrer Heimat gemeinsam zu verstehen und zu erzählen. Mitten in Europa soll aus der Vergangenheit etwas wirklich Neues werden. Wir sind Deutsche und wir sind polnische Schlesier. Und da sind wir alle auf gleicher Ebene. Und das sind wir. Und das ist schön. Das ist schön. Untertitelung des ZDF, 2020